Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play My Craft Mods Salsa. Ich bitte dich schon mal im Voraus zu entschuldigen, wenn ich mich ein bisschen scheiße anhöre. Ich bin momentan ein bisschen erkältet und naja. Aber ich bin auch so weit, dass ich mich auch aufnehmen kann und so weiter. Ja, ich habe mitbekommen, dass die Folge, wo ich den Mods vorgestellt habe, oder seitdem den Mod ziemlich gut angekommen ist. Ja, ich freue mich, dass es euch gefallen hat. Wieso sind die eigentlich nicht so weit gewachsen? Was? Was? Wo ist mein Chuckle, oder? Das wünsche ich jetzt aber null. Das darf jetzt nicht versehen. Yay, mein Chuckle, oder? Gut, ich wollte eigentlich, wie ihr es gerade gesehen habt, auf den Mod Food Plus eingehen, aber dann machen wir uns einmal eine Dimension. Ja, das war, wie heißt die jetzt mal? Ah, warte mal, ist der da rausgenommen worden? Ich bin ein Profi, ich habe es vergessen. Scheiße. Aber Chicken Chucks ist da, das ist sehr gut. Dann machen wir uns einfach darüber nachher einen Chuckle, oder? Den würden wir eigentlich jetzt schon hinbekommen. Wir haben elf Dias, aber den wollte ich für was anderes aufheben. Einige wissen vielleicht schon, was es ist, aber das dauert eh noch, bis wir da noch soweit sind. Aber wie gesagt, heute wollte ich auf den Mod Food Plus etwas eingehen, weil das kann so bei mir nicht weitergehen mit der Essensversorgung. Äh, ja. Tun wir es mal die hier weg. Und das Wichtigste am Food Plus Plus ist eigentlich hier dieser Countertop. Wird ganz easy gemacht aus Cobblestones, Crafting Table und einem Dive. Dive wird gemacht aus dem Stick und einem Dive, also alles kein Problem. Aber dann auch schon mal hier steht. So, was kann man hier so feines machen? Wir können mit Salz, Schüssel und rohen Hühnchen oder pro Kartoffel können wir uns. Steu machen oder aus dem Messer und Brot. Red Slice. Hamburger sehr beliebt. Butter. Alles mögliche. Also, der Mann bietet schon einiges an Variationen. Ja. Worauf ich aber ganz gerne Lust hatte. Also, Doudats. Sehr schön. Äh, boah, was. Ja, es gibt ja auch hier Werkzeuge von Food Plus. Boah, wo ich statt jetzt. Ne, ich wollte mir kein Eis machen. Hier ein Board of Fries. Das könnte man sogar machen. Können wir mit dem Fried Rice, kann man den schon so essen. Das gibt schon ordentlich Nahrung. Was man jetzt noch so machen kann. Man könnte Unigri machen. Oder Sushi. Also, es gibt da schon genug Variationen. Und wenn man dann mal hier so schaut, gibt es auch Pancakes. Pancakes. Wir können hier nochmal machen. Sugar. Flour. Egg. Könnten wir mal drüber nachdenken. Wie viel gibt so ein blueberry pancake. Ja. Ist ganz gut. Bitte, was? Hot chocolate. Okay, jetzt werde ich mal wissen, wenn ich an die Hotchocolate dran kommt. Okay. Peanut Butter. Jelly. Oh, Slaybill Street. Okay. Das klingt ja alles sehr interessant. Peanut Butter Cookie. Ähm, ich wäre aber dafür, dass wir... das gibt nämlich auch noch ein Kebab. Habe ich hier jetzt falsch geschrieben? Wir haben jetzt mit zwei B. geschrieben. Dafür brauchen wir Salz, Toast, Steaks und Tomaten. Ja, wie kommen wir jetzt an Steaks ran? Na ja, wenn wir das so ein paar Kurs setzen, können wir ganz easy einmal... mal... Ich kopf. Aber wir haben Brustfleisch. Also ja, äh, wie ihr seht, ich bin gestern einmal gestorben bei Pfarr. Jetzt werden wir den einfach hier erinnern. Und dementsprechend das Fliegen geht nicht mehr. Aber auf jeden Fall... Gehen wir jetzt erst einmal das Fleisch braten. Können dann aber so ein paar Tomaten pflücken. Es wird auf jeden Fall ein besseres Feld gehen, das geht ja so gar nicht klar. Können wir doch mal hier die Kaurat mitnehmen. Coffee auch dabei. Können wir doch einfach alles mit, was geht. Ich finde auch, über den Food Plus Board kann man da eine sehr schöne, ähm, Nahrungsmittelverarbeitung machen. Oh, sie ist auch schon da. Jetzt habe ich fast die Steaks vergessen. Können wir auch noch schöne Deko draus machen. So nehmen wir das mal mit. Und ich habe dann wieder nicht drauf geachtet, weil ich sie auf der Wagen fangen habe. Sehr schön. Schmeißen wir das mal hier unten hin. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Salz. Dafür brauchen wir einen Filter. Aus Papier und drei Engots. Sollte machbar sein. Da, da. Drei Iron Engots. Da, da, da. Ach, das ist... Ja, alles wird hier am Cornertop gemacht, ich weiß. Ich weiß, was kannst du jetzt wieder da. Sigurin. Und. Bishu. Boah, der Interregion geht ja bloß auf die DER. Was ich jetzt mal gerade mache. Ich weiß, das wird mein Untergang sein. Ich werde jetzt aber wohl ganz kurz hier den Lava-Eimer rein tun. Ich wollte schon gerade sagen. Und, ja, den Wasser einmal holen. Äh, ja, der Tod, dann ist weg. Wie, der Tod, dann ist weg. Ganz einfach. Ich hatte in der Truhe... ...hatte ich ein Safari-Netz gefunden. Oh, das muss ich jetzt nur wieder mal gerade wiederfinden. Da... ...hat ich mal schnell eingefangen. Boah, der Ende wird... Boah, boah. Gibt es eigentlich... ...irgendwie so... ...das aber war was ist damit. Hatte ich schon mal... ...hatte ich schon mal... ...call... ...das geht einfacher, aber... ...ich glaube, da mache ich jetzt wirklich, dass ich hier einfach mal so ganz billig... ...watthin klatsche. Weil ich... ...hier ne... ...unendliche Wasserquelle habe. Sieht zwar gerade nicht schön aus, aber reicht für den Moment. Tun wir dann mal alles zurück. ... ...und das wassereiber. So. Und so. Dann können wir jetzt einfach hier reingehen. Nehmen wir den Filter... ...und den Water Bucket. ...und da kommt 3 Salz. Das Salz ist auch... ...verdämmung vergleichen. Was machen wir noch für den Kebab? Wir brauchen Toast. Toast bekommt man... ...nehmen wir den Wetzelsbraten... ...und da kriegt man mit dem Brot... ...und dem Messer. Nehmen wir das Brot. Brot. Mess. Dadurch muss ich jetzt nicht ernsthaft noch ein neues Messer sein. Das darf jetzt nicht wahr sein. Ach. Jetzt sagt mir bitte nicht... ...ich habe wirklich keine Sticks mehr. ...und da... ...äh... ...ich krieg Gott wieder... ...aber so richtig quer einmal durch im Raum. Dann nehme ich mir jetzt hier einfach irgendwo... ...ganz gebürtig einen Holzblock in der Pfad. Komm jetzt mal lieber zur Zeit... ...äh... ...schuld, Zobie. Keiner mag dich. So. Okay. Doof. Stick. Da. Und... Jetzt habt ihr auch gesehen, wie es besser geht. Besser und... Hä? Ah nein. Nicht im Ernst. Das darf jetzt nicht wahr sein. Ich habe mein Brot aus dem Body hier gemacht. Und jetzt sage ich bitte dich, das muss wirklich aus dem Dual-Weiz gemacht werden. Ich würde hoffen, dass das jetzt trotzdem geht, weil ich hatte das vorher über diese Bug-Methode gemacht. Oh Gott sei Dank. Gut. Das geben wir uns jetzt schnell mal beraten, weil, wie ihr seht, ich bin kurz vorm Abdeppeln. Was ist das hier in der Plan sieht, ja super. Traumatic-Quest weiß ich doch nicht, ob ich damit arbeiten möchte. Irgendwie hat der Bot bisher noch keinen Adress. Ein Toast und zwei Toast. Sehr schön. Da sind wir uns glättfröhlich am rumhüpfen. So. Und jetzt können wir, wo wir jetzt alles haben, nehmen wir uns die Tomaten da raus. Und dann Steak. Und wir können dann ganz einfach Tomaten hier hinsetzen. Salz. Den Toast. Und die Steaks. Und wir haben einen wunderbar leckeren Nachhaften. Geba. Und den machen wir uns jetzt erstmal rein. Puh. Das hat gut. Ich würde sagen, mache ich das noch ein paar Mal weiter. Verbrauche ich aber auf jeden Fall auch ein bisschen mehr Brot. Schauen wir mal, dass wir vielleicht einmal darüber so ein paar weitere Sachen bauen wollen. So ein paar andere da, hafte Sachen. Vielleicht auch eine Pizza. Ich ignoriere jetzt mal gerade gekonnt, hier dieses als Skelett. Hat ja eh irgendwo so, hat gesucht und da hatte ich schon gar nichts mehr getroffen. Tschüss, Skelett. Gut. So. Äh. Ja. Hab ich irgendwo noch Barley über. Den haben wir auch zu ziehen. Den werde ich dann wahrscheinlich einmal anplatzen. Ich hasse euch alle. Ich würde sagen, bevor ich jetzt auch gerade total kreislauf Kollaps bekomme von diesem Scheiße werde ich die mir jetzt schon die Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr nicht, anmerkende Kritik, alle in die Kommentare. Schaut auch in eurem Zigaret vorbei, damit euch auch immer ein Abon-Like freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns wieder. Let's play my fourth podcast. Bis dahin. Tschüss.